Wie wird das denn nun weitergehen? Fragen wir doch mal das Theaterorakel. Es ist 11.11 Uhr und 11 Sekunden und ich bitte das Theaterorakel um eine Prophezeiung. Ja, ich spüre, es wird wild getanzt. Die Rückkehr von Pan steht bevor. Wundervoll. Und was ist denn das? Buchstaben. Jonathan. Safran, Safran, wieso dein Gewürze? Nein, Jonathan Safran, das muss Tiere essen sein. Und ich höre, es wird laut, lauter, lauter. Lotter. Ich liebe Lotter. Und, ach, was noch? Noch ein Name, noch ein Name. Pavian. Nein, Fabian. Und Gewürze, ich rieche Gewürze. Der Koch und ein halber Soldat. Und, huch, huch. Was ist das? Eine Premiere. Sonnenaufgang. So viele Geschenke des Lichts. Ja, nutzt sie weise und besorgt euch Tickets. Hah, ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Wunderfunk. Ja, ha, ha, ha.